In der ersten Runde des DFB-Pokals muss der FC Schalke heute gegen den Viertligisten 1. FC Schweinfurt spielen ab 20.45 Uhr im Live-Ticker. Spox gibt euch die wichtigsten Informationen zum Spiel und der Übertragung im Fernsehen und im Internet. Schalke und Schweinfurt trafen bereits mehrmals bei bedeutenden Pokalspielen aufeinander. 936 besiegten die Schalker Schweinfurt etwa im Pokal-Halbfinale mit 3 zu 2. 1954 schlug es 0-4 die Schnüdel im Achtelfinale. FC Schalke 04 beim 1. FC Schweinfurt, wann und wo. Schweinfurt empfängt Schalke am heutigen Freitag 17. August um 20.45 Uhr im heimischen Willi-Sachs-Stadion. Die Sportstätte wurde 2001 umfassend saniert und fast 15.060 Zuschauer. FC Schalke 04 beim 1. FC Schweinfurt heute live im TV und Livestream der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel wie alle anderen Partien des DFB-Pokals live. Der Sender bietet die Übertragung für seine Kunden zudem als Livestream über Sky-Go an. 1. FC Schweinfurt gegen Schalke 04 im Live-DK. Falls ihr kein Sky-Abonnement habt, aber trotzdem während des Spiels auf dem Laufenden bleiben wollt, bietet euch Spox einen Live-DK zu der Partie an. Schweinfurt, Schalke, die offiziellen Aufstellungen Schalke, Fährmann, Zeyn, Naidu, Nastasic, Kaliguri, McKennie, Bentalek, Barbar, Harit Uth, Burgstaller, Schweinfurt, Eiben, Strommeyer, Kleine Heißmann, Los Kradato, Messingschlager, Krautschneider, Kaijun, Ferry, Kla, Gabiri. 1. FC Schalke 04 Für das Spiel aus Sascha Rita fehlt wegen einer Sehnenreizung, Bastian Otschipka nach einer Leistenoperation und Johannes Geis aufgrund eines Magendarminfekts. Ebenfalls nicht mitfahren können Jaffin, Kono, Bianca und Oma Mascarell, wie Sportdirektor Axel Schuster erklärte, Kono und Oma werden nach ihren Muskelfaserrissen erst nächste Woche wieder vollumfänglich ins Training einsteigen können. 1. FC Schweinfurt 05 Einst ein ganz großer wäre in die glorreichen Zeiten der Schweinfurtaligen lange zurück, die erfolgreichste Zeit erlebte der Verein in den 1930er und 1940er. Damals erreichte der 1. FC zweimal die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft und erreichte 1936 die K-Sekunden-Pokal-Halbfinale und verlor gegen Schalker. Danach versank der Verein in der Bedeutungslosigkeit und hatte immer wieder mit finanziellen Problemen zu kämpfen. So erlebte der Verein mehrere Zwangsabstiege und eine Insolvenz. Mittlerweile ist Schweinfurt aber wieder im Aufschwung und belegte in der vergangenen den dritten Platz in der Regionalliga Bayern. Schalke in der DFB-Pokalsaison 2017-2018 Runde Gegnerergebnis 1 Runde Pchdynamo 2 Uhr 2 Runde Wehen-Wiesbaden 3 zu 1 Achtelfinale 1 FC Köln 1 zu 0 Viertelfinale Phil Wolfsburg 1 zu 0 Halbfinale Eintracht Frankfurt 0 zu 1 Werbung Werbung Eintracht Frankfurt 0 zu 1 Eintracht Frankfurt 0 zu 1